Fahrradfahren ist schön. Ich muss mich zwar oft selbst vom Sofa losreißen, aber einmal angefangen geht es quasi wie von selbst. Wie genial ist es eigentlich Sport machen zu dürfen, denke ich mir dann immer. Das Schöne am Fahrradfahren ist, dass man in der Natur sein kann. Wenn ich Fahrradfahren hilft es mir den Kopf zu entspannen, wie gesagt die Natur zu genießen und gleichzeitig auch den nötigen sportlichen Ausgleich im Alltag zu haben. Und genau da kommt Gott ins Spiel. Fast immer, wenn ich fahre, habe ich einen kurzen Augenblick, wo ich innehalte, die Aussicht genieße und einfach Danke sage. Ich bin dankbar für die schöne Natur, für das immer wiederkehrende Spektakel am Abend oder am Morgen von der Sonne. Und dafür, dass ich gesund bin und überhaupt Sport machen kann. Gerade im letzten Jahr konnte ich bei meinen WG mit Bewohnern miterleben, wie viele Verletzungen man sich schon in der Jugend zuziehen kann und davon keinen Sport mehr machen kann. Und genau dann, wie könnte das auch anders kommen, steigt eben die Dankbarkeit für die eigene Gesundheit. Freut euch zu jeder Zeit. Hört niemals auf zu beten. Dank Gott ganz gleich, wie eure Lebensumstände auch sein mögen. Das steht in 1. Thessalonicher 5, 16-18. Danken kommt vom Denken. Um diese Aufforderung von Paulus, der hat diesen Brief an die Gemeinden Thessalonicher geschrieben, zu erfüllen, ist es wichtig, sich bewusst zu machen, wofür man dankbar ist. Das kann im Sport sein, im täglichen Bibellesen, aber auch im Gebet. Und je regelmäßiger ich darüber nachdenke, desto mehr entwickle ich einen Blick im Alltag, der mir hilft, mich auch über unscheinbare Kleinigkeiten oder Selbstverständlichkeiten zu freuen. Schon allein, dass mir jeden Morgen ein neuer Tag geschenkt wurde, ist ein Grund, Gott zu feiern. Dass der Druck auf der Arbeit heute keine Probleme bereitet hat oder dass die Vorbereitungen für das nächste Camp gut laufen. Und noch weiter hilft mir, diese dankbare Grundeinstellung im Alltag, anderen gegenüber freundlich und offen zu begegnen. Natürlich gibt es auch stressige Tage, Wochen, in denen gefühlt gar nichts läuft, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber gerade dann kann das Gebet so beruhigend und erholsam sein, dass ich wieder die Gewissheit bekomme, dass Gott einen Plan für mich hat, sodass ich auch in schwierigen Zeiten einfach Danke sagen kann. Okay. 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 Untertitelung. BR 2018